wir müssen aber wahrscheinlich der Leiter verbaut ein paar nur ein Gründer ich werde sagen aber unten das Ding ist nicht dicht der Acht das stimmt hh-haha scheiße das hat sich irgendwann mal aufmachen Alter! Ich hatte mehr als bei der Gegend gelaufen ist! Ja, da müssen wir gleich noch aufholen gehen. Alles klar. Wollen wir jetzt hier noch ne Türe rein? Mach ja keine Türe kaputt, oder? Ach, weißt du, was drauf geschissen, dann mach ich einfach. Komm, du bist da ohnehin. Kommt Seb irgendwann an und vor sich da rein. Oh ja. Alles klar. Hat das eigentlich hier einen Grund, Seb? Dazu eigentlich die Treppen, egal wie in welcher Farbe gebaut hat. Das war schon der Erste. Nein, die sind schon so geordnet. Ja, hier kommen die nicht raus, ne? Hä? Sie sehen alle geordnet. Oh? Sie sehen alle gleich aus. Die sehen nicht alle gleich aus. Ja, nein. Wir haben überhaupt kein Muster. Es soll das Muster sein, was es ist und nicht, ähm... Oh, lol. Jetzt weiß ich ja, was da fehlt. Lars, gut dass ich kein's mithab. Warst du da oben? Ne Werbetafel. Ne Werbetafel. Ne Werbetafel. Ne Werbetafel. Alter, die Spiele muss mich dreimal hauen. Ich weiß noch nicht mehr, wie viel tiefer ich noch bin. Peter, wie hast du deine brennenden Blöcke gemacht? Was? Äh, mit dem roten Zeug aus dem Meer, die kannst du anzünden, die werden für ewig brennen. Ach, die roten Dinger, die brennen nur oben drauf oder komplett verrochen? Moment, die brennen gar nicht auf. Nein, die brennen oben drauf oder komplett? Ja, ja, mit meinem Boss. Äh, äh, also wenn du da direkt Holz nebendrauf, dann ist das keine gute Idee. Ne, wenn du die von vorne anguckst, brennen die dann auch von vorne oder nur oben drauf? Nur oben drauf. Sag mal, Sepp, wie würdest du eigentlich jemals diese Bahnstrecke zu mir geschafft haben wollen? Was? Ich hab mir eine Goldschiene dazwischen reingelegt. Jaja, das war mein Problem. Oh. Und der Baum, der hier im Weg steht, ist auch kein Problem. Der ist kein Problem. Ja, da kannst du den, die musst du ihn einfach durchbauen. Aber Hadi hat mir mein Gold wiedergegeben, also vielleicht wittert der nochmal was. Ist eigentlich aus meiner alten Bude geboren. Ich hab dir Gold wiedergegeben. Ich hab dir Gold wiedergegeben. Also Jay hat mir mein Gold wiedergegeben, glaub ich. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Boah. Ach, fuck. Oh, tschuldigung. Den Schult zieh ich mir nicht an. Ich würde den Leichen wegschnecken, wenn du da am Baum bist. Es gibt in Minecraft nichts, was von vorne brennt. Ne, ja, Holz für kurze Zeit. Optisch. Hammer. Das letzte Mal ein Hadi Schiff, das Holz von vorne brennt. Ne, außen muss es ja brennen. Oder einmal komplett der Block an sich. Ja, ich weiß, was du meinst. Auf oben und unten, ah ne, oben und links und rechts und vorne und hinten. Mach dir Holz auch für kurze Zeit optisch, aber danach ist es weg. Ja, das ist ja immer noch. Hm. Meinst du noch ein tiefer geht, dass die da nicht drauf gehen? Also ich musste die grad zwei teilweise dreimal schlagen. Ah, okay, dann geht noch einer. Alter, geht noch. No, da einer geht noch. Hadi, ich komm mal zu dir, ne? Warum? Nur so. Warum? Der Misstrauisch Hadi ist ja, ist es auch sozial unfreundlich. Weiß nicht wirklich, warum misstrauisch bin, wenn der irgendwann einfach sagt, ich komm jetzt. Hm. Ja, stimmt. Hadi, ich hab den Tee bei, ne? Kannst du Weizen mitbringen? Hab ich schon, glaub ich. Muss ich Glas holen? Hab ich grade alles abgebaut, ne? Ja, hast du grade alles abgebaut und alles schon verbraucht, oder wie? Ne, alles abgebaut nur. Crazy shit, man. Gibt ihm keins. Der zieht dich über den Tisch, auch wenn du den beschenkst. Ist okay. Bin ich gewohnt. Ach so. Die Nutten prellen mich auch immer. Oh, hier ist ein Creeper Hadi. War echt mittlerweile ganz schön weit auseinandergebaut teilweise. Ja, alles andere ist auch ein bisschen gefährlich gewesen. Ein Gott. Ach so, du dummes Mistvieh. Oh, wer haupt mich. Ja, Sef, springen noch überall schön Löcher rein. Was, ne? Sef mit geilen Geschenken für Hadi. Hadi. Hadi ist... Hadi ist raus zum... Wüstentempelchen. Wie mach ich das denn jetzt hier? Macht ihr selbst. Macht ihr selbst! Und eigentlich wollte ich das hier noch mit Holz auskleiden. Oh Gott. Ah, sehr gut. Hier ist der erste. Doch, weggemacht. Käse mag, was stehst du denn da draußen rum, du? Wie dem, wie dem... Kann, aber das auch noch Antwort. Okay, dann würde ich hier noch service gemutet. Da wird es wahrscheinlich gerade mit... jemand anderem. Mit deiner Bahn. Mit etwas anderem. Jemand anderem habe ich gesagt. Etwas anderem. Aber nicht. Aber nicht fair nett. Toll, das Netzwerk hier in dem Dschungel. Neck mich am Arsch. Sind die so nett oder was? Ja, jetzt muss ich Glas holen. Achso. Hm, schau doch. Ich habe mich jetzt eigentlich schon auf die Mitnuss-Session hier gefreut. Na gut, dann mach ich halt kurz, bis du wieder da bist. Da brauche ich ein Glas. Jetzt habe ich noch... Äh... Jo. Glas reicht eigentlich. Ich habe noch zu wenig von dem Scheiß abgebaut. Oh, wie ärgerlich. Bleh. Ach, Peter. Ich habe halt selber mit dir. Ich habe noch zu wenig von dem Scheiß abgebaut. Oh, wie ärgerlich. Bleh. Ach, Peter. Ach, Peter. Ich habe halt selber mit dir. Der Turm erstreckt sich über den Bäumen, aber ich werde die Bäume nicht hintergehen. Ich bin klüger als Saruman der Weise. Verdammt. Ich bin klüger als Saruman der Weise, aber ich falle in meinen eigenen Turm. Ja, aber Peter. Was lookst denn hier so rum? Kann ja nur... ...Nurbo sein. Bist du mal hier grün, du Scheißgras? Ey, das kann echt nicht wahr sein, wie lange das teilweise dauert. Was? Hadi, was wird das denn da? Ist das zweistöckig, oder was? Hm. Was ist das? Jetzt geht's davon los. Wie komm ich denn da rein? Kannst du aber unten schon was da gucken? Ich höre dich schon. Ja, das machst du, Dennis. Das stimmt ja gar nicht. Hadi, wie komm ich denn da rein? Rechts an der Seite ist ein Eingang. Also auf der anderen Seite quasi? Genau, komm mal. Quasi. Oh, da vorne ist ganz viel Holz. Bauer ich. Ist ja Wasser und so eine Scheiße plant, ne? Oh, stimmt. Das hab ich ganz vergessen. Scheiße. Ah, der Eingang ist ja cool. Das schnell wieder zumachen. Da war ich schon bald wieder. Hui, hier ist aber geräumt. Wenn du willst, kann ich sofort das Ding da oben aufmachen. Ich hab so eine Efficiency-Pickaxe, dann durfte ich die eigentlich relativ schnell wegkriegen. Wie komm ich da oben? Ja genau, den Cobblestone. Hier ist der Leute. Ach, da. Alter. Ja, das wird alles da. Boah, Alter. Boah, Alter. Alter, die sind da runtergekommen. Das Geile ist, die sind sehr creepy.